Hallo und herzlich willkommen zu einem Infovideo von Jetsi. Heute Abend um 19.30 Uhr ist es soweit. Wir werden, also ich und die IAMPioniers, wir werden heute den ersten deutschen Server verlassen und werden dann einen Neustart beginnen auf Server 9. Also ich gehe mit gemischtem Gefühle, es ist halt schade, dass Server 1 so leer geworden ist. Da bin ich echt traurig darüber, aber es ist halt so, dass er immer noch gesperrt ist und das kann ich auch bei ESSO auch nicht so verstehen. Man sieht das ja, dass er total leer ist und alles. Und jetzt wurden wir halt quasi gezwungen, doch dann zu wechseln, weil da nichts mehr abgeht. Ja, aber ich gehe mit guten Gefühlen auf Server 9, weil da sind auch zwei Freundinnen noch von mir, die Laro und die Jetsi Kittengarten. Und ich hoffe, dass wir uns drei heute uns begegnen. Da freue ich mich auch schon echt drauf. Und ja, ich freue mich auch, dass die IAMPioniers auch da sind, weil besser Club forever. Ja, da freue ich mich schon, dass wir dann alle zusammen den Server 9 abrocken werden. Und hoffe, dass wir auch dann gute oder dass wir mit den anderen Clubs Freundschaften schließen, dass wir was zusammen unternehmen können und alles. Ja, da freue ich mich schon echt drauf. Ich bin also, ich bin echt gespannt auf Server 9, muss ich echt sagen. Ja, und ja, das war es eigentlich jetzt von mir. Das war eine kleine Info von mir. Und ja, dann goodbye Server 1 und hallo Server 9. Eure Jetsi. Tschüss. Und ja, da freue ich mich schon.